ja halli halli lieben wir sind hier in world of warcraft cataclysm classic in der version 4 4 1 sind bei unseren gefühlten eiskrone ictc ist es konzert aber wie auch tlk quest nord end eigentlich sind wir in eiskrone aber jetzt hier gerade in der mondlichtung hier oben in unserem guten alten kalim dor ja dort sind wir durch unsere vorherige quest hingebaut worden eine bitte an den bewahrer jetzt sind wir hier bei bewahrer remulos der uns die quest hoffnung im smarag grünen albtraum gibt bewahrer remulos auf der mondlichtung hat euch aufgetragen den smarag grünen traum zu betreten und 3 smarag grüne eicheln zu besorgen verlasst die nähere umgebung des schreins von remulos um nach arzeroth zurückzukehren 7 gold 40 silber und 24 255 xp wir nehmen die quest an sind jetzt in dem smarag grünen traum oder albtraum oder wie auch immer wir suchen wir hier nach diesen eicheln ich sehe hier keine hier leuchtet was das ist das ist eine eichel also immer dort blinkelt da ist auch noch einer wo blinkert da blinkert am baum so haben wir die dritte eichel so und jetzt kann man ein trick machen wir müssen hier nicht ganz raus oder so wir können ja einfach unruhiger traum rechts klicken damit beendet sich der so willkommen zurück in der wirklichen welt wir können die quest abgeben hoffnung im smarag grünen albtraum diesmal rad eicheln haben wir und wir können die quest damit abgeben hoffnung im smarag grünen albtraum ist damit abgeschlossen ich bedanke mich fürs zuschauen schaltet gerne wieder ein lasst gerne like und abo da schaltet gerne auf mein twitch kanal ist verlinkt im youtube kanal und damit bis zum nächsten mal